Jop Moinsen Leute, hier ist um die M12-M16, ne M12-16 oder M1216 oder M12-16, je nachdem die Reload-Time, ihr seht schon, dass es echt geiler gemacht wird, also das erinnert mich schon fast an Call of Duty mit dem neuen Patch, denn der Farbkontrast passt einfach zum Call of Duty, ob man jetzt nur noch sprinten könnte und dann könnte man die alle umlassen, das wäre zusätzlich, dann würde ich einen Orgasmus kriegen wahrscheinlich, und übrigens, das ist einer der schnellsten Shotguns, übrigens, der Shotgun, ja, Shotgun, 12.36 Munition, frag mich, warum da vorne so ein Trommel, so eine Rundung ist, obwohl es so ein Untersitzmagazin hat, ich weiß nicht, warum, auf jeden Fall, äh, ihr könnt eigentlich gedrückt halten, damit die auch funktioniert, oder eben halt ihr klickt, mit rechten Klick, da wird man leider nicht, ähm, die Reload-Time 2,2 Sekunden, ist einer der schnellsten Shotguns, die nachladen können, das finde ich echt gut, zu dem, was ein bisschen unnötig ist, beim Scan, also, bei der Form, einmal die Rundung da vorne, als ob das ein Trommelmagazin wäre, so wie bei der, ähm, Jackhammer, und einmal noch dieser vordere Stiel, der ist unnötig, warum ist da vorne so ein dämlicher Stiel, das weiß ich nicht, haben die umsonst daran gemacht, die sollen das Deko-Zwecke sein, sieht zwar hübsch aus, ist es, aber nicht, naja, doch, doch, vielleicht doch, 2,2 Sekunden, die geht sie nach, ich glaube, dass selber nicht, weil das wieso, aber naja, ich hab's nicht gemessen, so auf jeden Fall, ähm, ihr macht unterschiedlich Damage, also, auf den Kopf macht ihr eigentlich, ähm, immerhin die 55 Personen 100 Damage, naja, von der Close Range, würde ich jetzt noch sagen, also, von dieser Range würde ich jetzt 25 Damage machen, wenn ich sogar ein bisschen mehr, ähm, auf jeden Fall, auf dem Körper wird's wieder niedriger, da macht ihr wirklich, äh, wenn ihr jetzt auf die Weite geht, ähm, 3 bis 100 Damage, also, vom ganzen Arm macht ihr 100 Damage, immer weiter weniger, das ist ein bisschen bitter, aber, es ist eine Schacht, da muss man da machen, aber, es macht einen Heidensprach mit der zu spielen, Zombie Mode, ähm, durch Gold Crate, und zwar, ganz einfach, ihr müsst einfach nur, äh, Zombie Mode spielen, es geht ja neu, es gibt ja die neue Map, aber, und da geht es einfach ganz easy, oh mein Gott, oh mein Gott, Geil, auf jeden Fall, oh mein Gott, jetzt machen wir das ja noch mehr Spaß, auf jeden Fall, auf dem Boden, sieht es so aus, ein bisschen holen, naja, ein bisschen ein fettes Geschoss, aber, na schön, es macht auf jeden Fall nicht die Sparte hier, hier, äh, sie sieht leichter, na, nein, doch nicht leichter, sie sieht genauso wie eine AK, ähm, und auf jeden Fall, äh, die Shotgun, hallo, die ist ja mal geil, nicht nur, weil ich den Kill-Suite gemacht habe, weil ich den Kill-Suite gemacht habe, naja, das ist nicht wie normal, ähm, ja, sie ist halbautomatisch, würde ich sagen, ähm, denn, sie können einfach zu drückhalten, und da seht ihr es nochmal, sie geht etwas weit auseinander, also der Schuss, aber, sie bleibt immer an der gleichen Stelle, ähm, wie gesagt, 12 zu 36 Munition, vom Aussehen, naja, ich würde jetzt, da nicht wirklich, den Wert drauf legen, aber, es macht Spaß, mit der zu spielen, auf jeden Fall, schaut mal Videos von mir, das war's, über die M1216, oder wie auch immer, oder M1216, M1216, und, bis dann! Oh, you're in the hole! Wir werden die M126, mit der M1216, mit der M1216, bei der M1217, Und, bis dann! Bis dann! Bis dann!